Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Apostel Münchens wird er genannt oder auch 15. Nothelfer. Viele Beinamen trägt der 1876 in Stuttgart geborene selige Jesuitenpater Rupert Mayer. Sie alle zeugen von einer großen Verehrung, die er gerade in München, aber auch weit darüber hinaus bis heute genießt. Über ihn und sein Wirken spreche ich heute mit Pater Peter Linster, Präses der Marianischen Männerkongregation und Vizepostulator für die Heiligsprechung des Seligen. Grüß Gott, Herr Pater Linster. Grüß Gott, Herr Nickenwühle. Herr Pater, ich habe es angedeutet, Der selige Pater Rupert Mayer ist in München beliebt wie kaum ein anderer. Dabei stammt er aus Schwaben. Woher rührt denn diese Popularität? Seitdem er 1912 nach München kam, hat er sich langsam, aber stetig einen wirklich guten Ruf gemacht. Denn er hat es verstanden, zu Beginn für die Zugreisten, damals die Jungen und Mädchen, wirklich Ansprechpartner zu sein. Dann kam der Krieg. Der hat ihn natürlich schwer verwundet. Das linke Bein musste amputiert werden. Aber man war auf ihn aufmerksam geworden. Und Kardinal Faulhaber hat ihn dann 1921 zum Präses der Marianischen Männerkongregation gewählt, sich genommen. Und dieses Amt führte er durch bis 1945 im Juli. In dieser Zeit ist er klar eingetreten für das, was die Kirche zu verkünden hat, Gerechtigkeit und Frieden. Und mit dem aufkommenden Nationalsozialismus hat er sich sehr klar auseinandergesetzt, hat sich da nochmals, dies betont, einen Namen gemacht. Denn er sagte, das kann nicht sein, dass ein Katholik hier sich für diese Partei gar ereifert oder gar wählt. Also er war bekannt für seine klaren Worte. Aber das kann man ja nur, wenn man eine ganz bestimmte Persönlichkeit hat, wenn man ein Charisma hat. Worin bestand sein Charisma? Das führe ich zurück auf die ignatianische Spiritualität. Als Jesuit hat er klar gewusst, Unterscheidung der Geister, das ist es, was mich nicht nur geprägt hat, was meinem Leben wirklich Sinn gegeben hat, sich auf Christus hin ausrichten. Das war sein A und O. Welche Akzente hat er konkret gesetzt in München in seiner Tätigkeit? Zunächst, gerade in den 20er Jahren, war er Ansprechpartner für viele, viele Menschen. Es war Not in München und er kam aus gutbürgerlichem Haus in Stuttgart. Und die Mutter hat ihn immer bestens versorgt mit Kleidungsstücken, auch mit vielem anderen. Oft kam die Mutter, es war nichts mehr da. Es gibt dann auch diesen schönen Satz, wenn Pater Mayer nichts mehr zu geben hatte, was er immer noch geben konnte und gab, war ein gutes Wort für die vielen Menschen, die tagtäglich zu ihm kamen. Also er war nicht nur ein Mann der Tat, sondern er konnte auch zuhören. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Menschen. Nun denkt man ja oft bei Menschen der Tat, dass so das innere Leben, dass das Gebetsleben ein bisschen vernachlässigt wird. Trifft das auch auf Pater Mayer zu? Nein, ich kann sagen, wie Jesuiten, wir haben das nicht wie die Benediktiner, ein gemeinsames Gebetsleben. Aber wir haben ganz klar A, unser Privier, wie jeder Geistliche und auch jede Schwester, und die jährlichen Exerzitien, das ist genau der Fundus, aus dem wir schöpfen, die ignatianischen Exerzitien mit dem einen Wort Gott finden in allen Dingen, das ist ganz und gar ignatianisch von Ignatius geprägt. Ad omnia majorum dei gloria. War das auch so etwas wie ein Lebensmotto von... Ganz und gar. Und dann kommen wir mal auf die Geschichte zu sprechen. Pater Rupert Mayer ist natürlich bekannt geworden als derjenige, der sich den Nationalsozialisten entgegengestellt hat. Wie kam das? Kam das aus seinem Gewissen heraus, aus seiner Tätigkeit in München? Was waren die Gründe dafür? Er war der Präsident der Männerkongregation. Und wie es so bei populistischen Szenen damals, wir erleben es zur Zeit genauso, ist, hat er gesagt, ich muss zu all den Veranstaltungen, ob Kommunisten, ob Nationalsozialisten, ob SPD, egal, gehe ich hin. Seine Mitbrüder haben hin und wieder gesagt, du, Rupert, muss das sein. Mit seiner, wie gesagt, Prothese. Er hat sich nicht abbringen lassen davon. Und von daher hat er die besten Informationen. Und dann haben sie gewusst, was er uns mit auf den Weg gibt, das hat Hand und Fuß. Er hat sich mit dem ganz klar auseinandergesetzt und hat erkannt, das ist nichts für einen Katholiken. Also er war ganz nah bei den Menschen. Haben Sie ein Beispiel für seinen Widerstand gegen die Nationalsozialisten, das sehr sprechend ist? Er ist dreimal verhaftet worden, hat dreimal eingesessen und hat auch dem Richter ins Angesicht gesagt, egal, was Sie mir auch auferlegen, ich werde weiterhin predigen, ich lasse mir das Wort nicht verbieten. Und das hat er getan. Und führte dann so weit, dass man ihn im Dezember 1939 ein letztes Mal in Haft nahm. Und dann,